Ich bin Sebastian, 26 Jahre alt. Ich habe Maschinenbau studiert und derzeit studiere ich in Kassel im Master in Energietechnik. Vor meinem Masterstudium war ich ein Jahr als Selbstwertsfreiwilliger in Uganda und habe dort an einem Forschungszentrum gearbeitet. Dort habe ich auch eine Firma gegründet, die Energiesparherde herstellt. Der Transport der fertigen Energiesparherde gestaltete sich schwierig. Daher haben wir jetzt einen Energiesparherd als Bausatz entwickelt, der einfach vor Ort mit wenigen Werkzeugen zusammengebaut werden kann. Wir wollen in Deutschland eine zentrale Vorfertigung machen, da hier die hochwertigen Materialien eher verfügbar sind als in den Zielländern. Die in Deutschland zugeschnittenen Bleche werden dann in den Verteilzentren in den einzelnen Einsatzländern gebogen und zu unseren GLOW-Bausätzen verpackt. Unsere GLOW-Verteilzentren haben einfach den Vorteil, dass wir dadurch mehr Arbeitsplätze in den einzelnen Entwicklungsländern schaffen, dass wir die Abwicklung von größeren Aufträgen handhaben können und eine Distribution ins gesamte Land möglich ist. Der Bausatz wird vor Ort in kleinen, selbstständigen Werkstätten montiert. Mitgeliefertes Marketingmaterial hilft den Werkstätten bei der Vermarktung der GLOW-Herde. Bei unseren Vielschlips durch Uganda konnten wir zwar die Energiesparherde vorstellen, aber die Nachfrage war im Endeffekt so groß, dass wir gar nicht alle bedienen konnten und das können wir jetzt endlich ändern. Mit GLOW schaffen wir eine effiziente, emissionsarme und nachhaltige Alternative zu drei Steinefeuern in Entwicklungsländern. Zur Umsetzung unseres Projekts benötigen wir eure Unterstützung. Mit eurer Hilfe entwickeln wir den GLOW-Herd weiter und bauen ein erstes Verteilerzentrum in unserem Pilotland Uganda auf. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017